Das Schöne ist, wenn du halt die Kamerafrau von mir bist, lernt man immer was, ne? Wir lernen alle was dazu. Komm mal her, hier ein bisschen. Ich hab ein krasses Dropset vor, von 80 auf 60 auf 40 Kilo. Für die ganzen Ochsen da draußen, weißt du? Muskelaufbau und so hilft das sehr viel. Wenn du Dropsets machst, wenn du deine 3x8 Wiederholungen gemacht hast und im letzten Satz einfach ein Dropset reinballerst, nimmst du ein Drittel vom Gewicht ungefähr runter und gehst nochmal so viele Wiederholungen, wie du vorher gemacht hast und sowas. Auf der einen Seite wird's brennen wie Sau, auf der anderen Seite ist es so eine Art Mental Toughness Training, weil durch sowas muss ich erstmal durchkämpfen, das wird knapp hart. Let's go! Beides, 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 Be Schreibt mir während des Videos mal. 8 more to go! Burns like him! Ich will schon das Feuer in meinem Arsch. Im Rücken noch krasser. Ich danke dir. Peace! Vielen Dank! Vielen Dank!